spieler in zahl heute zwei spieler da war das so ich bin grün und du bist rot und du bist gut zwei spieler blickst du deinen partner an und sprichst dann springst dann auf ihnen dann bist du cool wenn er steht anderen trägt und ihre fraktionen viel krasser als sonst okay interesting okay die lilanen nehmen mal wieder den grünen ich werde dann ab nächster woche nächsten video behalten alle andere outfit nehmen die das halt nur wenn man wechselt sie kannst aber wieder immer wieder ändern nehmen wir auch jetzt was wir noch nicht gezeigt haben ja also ich da wo neu steht steht nicht mehr weil das so dumm geregelt würde was mache ich denn outfits okay also ich würde sagen ich nehme mal ich nehme den berg habe ich schon die milchflasche habe ich schon mit die mülltöte ich bin ja auch müll okay so erst mal hallo leute willkommen zu einer neuen folge von joshis crafted world mit wir spielen mit dem yoshi nein nein wir spielen mit joshi okay wir sind hier gestehen diesen richtig geilen level nein wir haben letzte folge vorletzte folge minenwagen hülle gemacht es war bisher die beste das beste level was ich kann ich gegen gar immer weiter mit zugreise mit ein mund ist trocken und hier lasst mich sieht man und hört man auch egal so als guck mal du dich mal du dich mal das war das war das ich bin dumm was mach ich nein lass mich nicht 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 schießen nicht schießen du brauchst du noch nein oh man totales disaster hier vielleicht andersrum andersrum du gehst auf mich drauf vielleicht okay vielleicht erzählen wir erst mal was ich überhaupt macht so krass ich mach mal so schießt mal irgendwas ab hier okay ich muss das öfter aber wir teilen uns die eier das cool oh naja glaube ich unendlich okay du musst jetzt auch war muss ich auch endlich wenn wenn ich auf dir drauf bin habe ich unendlich sicher also muss gucken wir brauchen nämlich alles warte nicht nicht dass du was im vordergrund ist das nehme ich ich nehme mich nicht mit anscheinend aber dich nehme ich mit krass da den schießen habe okay nur münzen ich gehe mal bin ich mir okay ich auch okay was das karamell blöckst das geschieht euch auch schon mal gezeigt dass kam er wird das team okay dann lasst uns mal wenig darum bewegen okay warum ist es eigentlich ein berg sieht sieht das wirklich aus wie ein berg des kostüm findest du das war mein ziel tiefer glieder warte warte war nicht 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 nennen ich auch nicht da geht es weiter glaube ich ach nehmen wir müssen wir können doch gar nicht hoch ach so da kann man voraus und nichts okay achtung du musst mir helfen dass du das richtige die anderen sind alle böse sieht man ja es ist alles fakes alles da rein ich will frei sein und sagt du bist meins so okay wir haben jetzt das kann ja 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 egal wir haben jetzt wir haben jetzt ein teil von irgendwas was wir brauchen nein mein kostüm das deine schuld habe ich das ganze level nicht mehr die folge ist bisher schon sehr super warte da oben diese münzen hier war ein teil davon entschieden ach so wie sammeln schienen ich sehe es im hintergrund okay einer von uns jahres hast du die dann musst du dass du dich nicht treffen lassen da kommen wir doch gleich erst hin ja hier ist noch was münzen lass mich lass mich los kann ich ja überhaupt lust von lustig war ich will auf sich drauf geben das lustig okay es war rot aber wir gehen über rot also krasse wo ist hat ja hat ja okay ich noch mich noch okay wie du so ganz langsam ist der land so und jetzt können wir weiter zum nächsten zum nächsten ort was machst du warum ich habe keine eier der dörfer nun endlich habe ich nicht doch dann habe ich nicht auch wenn du auch nicht drauf ist dass unendlich aber aber habe ich nämlich schau doch weiß ich nicht ich habe einfach nur ein von dir geschmissen achte mal achte mal auf vor und wieder da oben warum machst du nicht so was so schießen du bist oben ja ich bin für die extra weg geschrieben ich will nicht alter wenn er jetzt alter weder war jetzt rote münzen ich rast so aus ich will die hundert prozent vertraue mich jetzt auf dich ich nehme nicht mit okay den die mir wird nicht so dass meins du bist meins du bist meins mein besitzt besitzt genau okay sehr interessantes level bisher da fand ich das andere besser wenn ich ehrlich bin weil das ist ja komisch oh ist nicht treffen lassen nein wir dürfen nicht das level nochmal machen aufs blieb bitte alle ab okay was nein wir haben eine blume übersehen 100 prozent was denn da los was denn da los okay wir sind beim richtigen zucker warum ist das wie achter was die holz auch verdammt nein ich reg mich gerade so krass auf okay wir haben alles außer eine blume und eine rote münze das ist nicht dein ohr und die herzen die haben wir auf jeden fall auch wieder verkackt aber selber scheint nicht sehr lang zu sein immerhin da sind wir schon da sind wir schon wo ach man muss ja nach vorne das ist ja okay das ist das ziel na dann warte 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 da ja ich komme ja joshie dance joshie 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 Ich hab auch ne Mülltonne, aber die ist mal lila. Eine Condorbox. Ich hab grad was anderes gelesen. Was? Eine Condorbox. Okay, super. Weißt du auch immer was redest. Okay, mal. Am besten reden wir jetzt. Reden wir jetzt gar nicht mehr. Am besten reden wir gar nicht mehr. Reden wir jetzt gar nicht mehr. Okay, ich wechsel kurz mein Kostüm. Wir wechseln jetzt auch dein Kostüm. Ich wünsche dich, dass du jetzt in deiner Mülltonne wieder wechseln. Ich bin aber... Hast du den Zug schon? Äh, nein. Aber ich will nicht, dass du da bist. Da bin ich jetzt. Das Wasser... Ja, dann sind wir beide die seltensten. Aber wir sind so selten. Du musst natürlich noch zeigen, wo die ganzen Sachen sind. Warte, warte, das muss ich noch zeigen. Guckt euch dieses... Nein, guckt euch das die Omoto Yoshi da an. Nein, nein, nein. Bleib bestehen, mach mal gar nichts. Guck mal das rote Yoshi da an zu. Weg mit dir, Alter. Du bist irgendwie so ein Lappen. Guck mal, wie cool sich das Rad bewegt. Und deine Rehlappe bewegt sich auch. Meine? Krass. Und getroffen. Wir spielen jetzt hier mit den krassesten und teuersten und coolsten Outfits. Ja, nur von Gucci? Nur von Gucci und Supreme. Wie wir alle wissen. Weg mit dir. Weg mit dir! Warum kriegst du dieses... Weihiii! Ja, wir haben verkauft. Nein, ich brauch einen, ich brauch doch einen. Hör mal auf auf mich drauf zu gehen, Alter. Wieso, du bist auf den Zug? Achso, ey, ein Zug auf den Zug. Chuchu! Brrrr! Ist gut! Ich will erst nehmen, wenn ich nochmal spielen darf. Mich auch. Ne, ich guck jetzt auf YouTube da, ehrlich. Ich werde dann kurz die Aufnahme. Warte, dann. Ich starten wir. Ich starten wir. Ich starten wir. Ein Moment. Lass mich in Ruhe. So, wir gehen hier nach rechts. Nein, 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 komm, 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 komm. Nein, 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 komm, 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 komm. Dann nehmen wir auch auf. Dann hier hoch. Nein, wir gehen nach unten. Und dann nach rechts. Dann sehen wir dieses Haus hier. So, die Scheikers waren da oben. Wir waren aber nicht oben. Ding ist aber, wir hätten nach oben gehen sollen. Weil. 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 Hier oben. Fehlt uns eine rote Münze. Ey, wo ist die rote Münze? Ich kann es echt nicht fassen, ne? Ich kann es echt nicht fassen. Immer diese scheiß Geschenke, die immer so krass versteckt sind. Das ist schon das dritte oder so. Das zweite oder dritte. Ja, das ist dann auch schon verloren. Wir haben jetzt alles. Ich stelle das eigentlich irgendwie rein. Und dann machen wir weiter mit dem letzten Level. Und dann gehe ich nach Hause. Und dann esse ich. Und dann trinke ich heißen Kakao. Und spiele das Mal. Mein Bruder ist mir nicht komisch. Ein bisschen mit Leben. Wenn ich mit ihm spiele, ist es auch ein bisschen komisch, was wir machen. Aber. Müsst ihr mit Leben. Ist jetzt nur diese Folge so. Nach Hause. Und dann nie wieder. Weil die. Weil es viel gesagt hat. Nein, äh. Ich werde gezogen. Pssst. Sag ihr mich, dass ich jetzt hin auch gebe. So. Äh. Weil ich würde sagen, nein, lass uns. Wir machen weiter mit ähm. Gemauteten Magneten. Und äh. Vorab gesagt. Wir werden erst, nachdem wir die Welt durch haben und zum nächsten können, werde ich erst äh. die anderen Level mit dem Schnuffchen und mit dem Blockerfeller machen oder was auch immer. Aber lass mal erst mal Outfits wechseln. Ne, 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 lass einfach bleiben. Also lass, lass, lass. Warum hast du kein Outfit mehr? Das finde ich nicht okay. Okay, weil ich nur das Bächen wieder. Das ist ein Wasser. Oder warum, oder warum wir tauschen? Nein. Komm. Okay. Wasserrad. Warte mal damit. Gemauten zu Magneten. Ich finde das Wasserrad super cool aus. Es bewegt sich auch so. Gib mal. Es ist das Rad. Nicht so nah dran. Ja, ja. Ja, ja. Und dieses, dieser Zug, dieser Hut einfach mal, der ist so dumm. Oh ja. Warte mal, hinterher. Hinterher mit zieht. Nein, zieht, genau. Siehst du das da? Siehst du das da? Im Vordergrund? Ja. Also geh mal weg von mir. Im Hintergrund hier in diese Box. Wow. Kennst du die noch? Ja. Die ist noch aus. Ja, ja, ja. Hä? Als ob, ey. Das ist ja voll lame. Ich dachte grad, das wäre voll das geile E-Seg. Jetzt bist du denn mal genäht. Hä? Hä? Oh lol. Oh wie cool. Warte, 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 warte. Ich will die Kitzeln, ich will die Kibbeln, Kibbeln, Kibbeln. So, diese Mäuse, ähm, ich erklär kurz die Gegner. Das sind Tiere. Die haben großen Stöcke. Die Sperrgeist. Die haben... Dankeschön. Ich finde das nervig, dass man die Tüsen ausschalten kann. Dass man die ganze Zeit auf sich drauf gehen kann. Das nervt mir nicht. Warte da oben. Warte mal. Wir können cheaten. Oh mein Gott. Eins. Das ist sogar die erste. Hä, hätten wir auch so hinkommen können? Ach so, hier durch? Wir müssen... Ach, warte. Guck mal, guck mal, guck mal. Lass mich los, lass mich los. Guck mal. Machen wir die Sendegrund. Oh, das können wir abtreffen. Nee, aber ich glaube, man muss ja einfach das Ding da weg machen. Und dann könnte man hier das drauf packen und dann können wir nach oben. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja, damit... Jeder weiß, wie es geht. Weil ich bin ja jetzt auch gerade nicht jeder... Multiplayer, ich bin ja auch nicht immer Multiplayer. Gib mal ja, ich will... Wir machen abwechselnd bei uns. Geht's da oben? Geht's da, zack. Äh, ja. Ja, ja, ja. Links, links, links. Okay, gibt's noch irgendwas? Okay, jetzt ist mal alle roten Münzer am besten sammeln. Das wäre sonst ja blöd. Und... Jellybeans, fruit, fruit. Ähm, zack, zack, zack. Und... Dies ist die zweite! Juhu! Viele gibt's in diesem... Ach so, warte, ich dachte grad nicht bin du! Warte, warte, wie viele gibt's in diesem Level? Ähm... 1, 2, 3, 4, 5, Brom noch... Acht! Äh, Brom noch 5, ähm... Warum schreuen doch? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Warte mal, wie viele sind das? Naja... Sind sie nicht, ich bin dumm. Ach... Habe ich auch, keine Sorge. Das ist ein Mauser! Äh, das ist ein Bauer, das ist ein Bauer, Mauser! Nein, nein, das sind einfach ganz immer meine Meuse. Deine rote Mütze! Ist es nicht Mauser? Ich wusste, der hat eine rote Mütze aus dem zweiten Teil von Mario. Ne, 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 der sieht anders aus. Den gibt's schon seit dem nächsten Teil, äh, klar. Warte, 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 warte! Oh, lass, 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 den kann man abschließen. Zack! Uh, uh, da kommt... Oh, schade. Es ist echt ein bisschen nervig, dass man sich die ganze Zeit so... Mhm. Und die Maus hat also die Magneten geklaut. Warte, 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 warte! Yoaster's Cookies! Hearts 2... 12 Cookies, oh geil! Äh, Oma's Cookies. Was ist ne Katze? Das ist ne Katze! Was ist das denn mit dem Raum? Ja! Okay, warte, das ist ein Rätsel. Äh! Okay, das ist cool. Soll ich was jetzt hier lachen? Äh, ja. Na um... Soll wir alle ein, sammle alle ein! Schnell, bevor die Katze tot ist. Bevor die Katze stirbt! Hä, wo ist der Magneten? Da ist der Magneten. Okay. Ich hab die alle mit dem Magneten. Warte, aber nicht weitergehen. Vielleicht gibt's hier noch was. Vielleicht kann man noch oben. Kann man nicht noch oben? Nee. Sicher? Das sieht so aus, als könnte man hier nur Magneten packen. Aber kann man wohl nicht. Aber die Katze ist lustig. Ah, ja! War doch klar! War so klar, dass immer so. Yoaster Cookies! Was feuerweiß? Oh nein! Oh, dabei noch was! Ach, warte! Nee, 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 nee! Noch nicht machen, ich mach'n! Doch, doch, ich dachte gerade! Das muss man machen. Ja, ich dachte gerade! Ich dachte gerade! Gut, gibt's noch irgendwas? Ich gehe immer mit mir mit! Ich gehe immer mit mir mit. Nein, das geht dann nicht! Dann komme ich weiter! Ach, soja! Nein! Ich pack die immer gegen den Magneten. Dankeschön. Ich weiß nicht, natürlich. Äh, genau. So, Mauser! rote münze rote warte müssen genau in dem moment wo die münze hat was war ich dachte oh verdammt gedacht also sind sich falsch gedacht aber halt falsch mit okay dass uns mal eben dass ich kann ich nur gerade auswerfen ich dachte war nicht weiter ich würde gerne das dinge abschießen ja ich brauche mit sind weil wir brauchen ist jetzt mal die bisher schilder das soll man sogar nicht machen aber es wird sie gar nicht ich brauche ich brauche die eier was gäbe sind denn sonst gibt es hier irgendwas ich glaube da sollen wir eigentlich gar nicht hin die sollen wir einfach gar nicht hin mir egal ich hab das spiel gescheatet zack da soll man die aufnehmen ja schnell was machst du nein schnell 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 nein nein du kommst morgen abend in den grill nein nein du kommst jetzt her ab in den grill mit dir tschüss nein das ist eine strafe nein hier schenk ich dir lass mich in die ruhe oh Leute hier war was hä du bist gestorben ich bin okay warte was gibt es hier das machen wir jetzt aber das schauen wir jetzt alle blauen verdammt nein wir sind so scheiße ich hab's nicht wir müssen alle ja 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 nein wir haben was zwei nein das gibt es doch nicht wir sind ja noch schlechter als ich dachte eine weiß ich ja aber zwei wir sind so scheiße ich bin abgehört kann man nur so blöd sein wie wir wie du wie wir wie bier eine rote eine rote wacke doch nicht so so danke ich habe mich ausgezogen verdammt das wollte ich nicht noch nicht warte wir brauchen das mit dem magneten von feuer komm komm sammeln hier ich hab's gleich gezeigt wenn man hier schnappt hat gemacht dann macht er zwei auf einmal na komm warte hä wie machen wir das jetzt einfach nehmen weil jetzt ist ja hier die Tür offen ah achso alles klar warte wir brauchen aber oh da hab ich es gesehen ähm ja ich hab die herz ich hab mich nicht treffen lassen eine rote münze nur okay immerhin haben wir die gut gemacht aber das ist falsch platziert das muss weiter runter doch brauchen zwei echt da oben ist noch eine irgendwo da oben ist aber ich schieb da oben nein hör mal auf einmal ich will das legal machen also ich würde sagen versuch mal das nein lass mich mal los lass mich mal los ich nehm mal das warte nein das passt schon ich schau das schafft man ja weil ich das weg gemacht habe achso warte ich weiß nicht was sonst schaffen sollte ich mag es aber erstmal wieder hin oh verdammt jetzt hab ich glaube ich weggeglitscht nein 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 nicht weggeglitscht nee mit dem ei vielleicht mit dem ei vielleicht achja dann komm was ist mein bildschirm ist ausgegangen warte ich will nicht raus geh aus mal gucken achso warte man muss hier dann geh mal weg von mir geh mal weg von mir wo ist der magnet hin dann warte 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 komm mal her komm mal her wir regeln das wir machen das jetzt erstmal in sheetmode geht das so ja aber nur weil ich das drauf war oder spring da ist nichts wo ist das hin bei dem tenden ist das auch passiert das ist wenn der einfach geglitscht ah hier ist es das ist ja aber warte ich will jetzt jetzt sehen wie man das richtig macht weiß ich nicht also ist es ja normalerweise ne ja wie soll man dann da hochkommen warte warte vielleicht von hier ja ja vielleicht soll man von hier nach oben ja oh weil dann gibt es ja noch höher und dann kann man so ah ok leute dann bist du bescheid ähm das müssen wir am besten auf der anderen seite packen ne juhu 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 die Musik die Maus hast du mir gar nicht oder? die ich nicht ich achte mich nicht ja, aber warum klauen die mich du hast mir. die ist wieder nach oben gegangen damit 100% das geglischt jetzt aber hätte es aber das ist gesehen ja kommt zu mir kommt zu mir genau genau okay wir haben alles du nimmst einmal geht ich sie wie sie selbst gesehen ja die respond glaube ich immer nur ist egal aber bisher auch alles ich denke schon okay als ob zwei rote zwei tote ich und du zwei tote als maul tut es nicht so du hast aber wenn du das leben du musst aufpassen dass du nicht stürzt ich glaube ich ja immer das ende du musst aufpassen ja ja aber du musst aufpassen wir brauchen die alle leben so ein moment glaube noch eins können wir nicht eines von vorher mitnehmen können wir nicht in diesen tür verschaffen hey du da im hintergrund hey du da im hintergrund ne 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 da geht die tür kaputt das ist ja blöd warte vielleicht ist ja irgendwas versteckt vielleicht nehmt 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 ich hier platzieren und jetzt versuch mal die andere zu nehmen dann nimmt man den hier pack mal den da hin ich meine hier ein ja ja aber jetzt kommen wir dann nicht mehr kommen was wir die treffe machen eben so zu kurz ja ganz kurz okay das ist ein wenig zu hoch denn das müssen wir nicht ändern ich so ja das passt schon ich bin auch noch nach oben vielleicht gibt es auch noch ein übersehen als ob das die letzte war ich habe das ding immer mit der stöpfartacke weg gehauen also ob wir jetzt drei das geht super war mit drei blumen über sie was los mit uns nicht nur einer von uns braucht so dann würde ich sagen schneiden wir noch rein wo alles finden und dann war es das geil wir uns fehlen einfach drei blumen wo waren drei das war so ein langes level und es war es war wie fandest du das level komm mal näher ran komm mal näher ran auf dich anzunehmen genau wie schön nein ich fand es gut ich weiß es nicht ich fand dass wir machen müssen und jetzt können wir weiter irgendwo hin das sind aber erst in der nächsten folge jetzt noch dann nehme ich dann nehme ich jetzt wieder die flasche ich glaube hier ist die dritte vielleicht kann man doch nach oben irgendwie mit räuberleiter ja das drüberleiter joshie leiter vielleicht bei der katze da wollte ich gar nicht was lieb okay let's go dann ready ach so ach so verdammt nimm doch nimm doch ok 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 oh mein gott ja oh mein gott ok 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 warte 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 ok ich hab das alles alleine gemacht ich hab das alles alleine gemacht hey war doch so hier lassen wir hier nach oben geholten ach da oben da oben warte warte da braucht man eigentlich die magneten für was ist was das real machen mit magneten ja ja aber wir müssen erstmal hier die tür auf machen ja stimmt stimmt zack so tür offen den können wir mitnehmen magneten mitgenommen also ist mir egal ja nimm du ein paar mit ok ja warum haben wir das nicht gesehen weiß ich nicht oh man das hätte man noch sehen können das ist so easy gewesen ja nur noch einen noch einen noch einen noch einen billiger 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 eine noch hier wollte ich nur nach oben vielleicht war die hier vielleicht ist es hier 3 kontakt so eben topic Smooth Unsichtbarer... Fragen sich ein Putzi. Lass mich mit Ruhe. Lass mich in Ruhe, du klaust meine Eier. Selber Eier. Lass mich doch, Alter, ist das nervig. Ich weiß. Am Anfang fand ich's cool, aber das war doch nur der Anfang. Das ist Katastrophe. Warte mal. Das geht. Warte mal. Warte mal, warte mal. Komm mal her. Mach mal nix. Ach so, hier. Was? Wait. Wie haben wir das übersetzt? Oh, Leute. Oh, wir sind solche Blindfische. Oh mein Gott. Ich hab gewusst, dass hier irgendwo oben was sein muss. Ich hab's gesagt. Lass mich raus. Ich will raus. Ich seh nicht, wo ich bin. Du Keck. Ich mach aber gar niemand mit. Ich bin out und over und over und out. Ich hab' dir mitgenommen. Brauchst du meine Hilfe? Ist das zu langweilig? Ich hab' das. Ich hab' das. Wo ist' du? Magnet. Egal, brauchen wir. Der ist hier. Der ist hier. Warte, wir brauchen den nicht. Mach' das so, ich geh' auf dich drauf. Nein, fuck. Na komm. Danke. Na fuck. Ah, Revanche. Boom. Weg mit dir. Ich werd' nie wieder mit dir irgendeine Kaffeekretze machen. Weg hier. Nuuu. 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 Wenn's euch gefallen hat. Danny, was soll ihr denn machen? Schlafen. Und dann schlaft ihr ein. Habt'n schönen Traum. Äh. Wo, wo, wo Danny vor euch tanzt. Nicht verpassen. Leicht da lassen. Ein Däumchen wär'n Träumchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn Danny dann nicht mehr dabei ist. Zum Glück. Ich mein' leider. Egal. Ihr wisst euch mal ein Ball. Du brauchst jetzt mein Geld. Pssst. Achso.